Ich lerne Deutsch. J'apprends l'allemand. Nummer 123 Nummer 123 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Früher haben wir Kastanien gesammelt. Heute gibt es bei uns keine Kastanienbäume mehr. Früher haben wir Kastanien gesammelt. Heute gibt es bei uns keine Kastanienbäume mehr. Früher haben wir Kastanien gesammelt. Heute gibt es bei uns keine Kastanienbäume mehr. Autrefois, nous ramassions des Châtaignes. Aujourd'hui, il n'y a plus de Châtaignées chez nous. Das ist meine Wurst. Gib sie sofort zurück. Das ist meine Wurst. Gib sie sofort zurück. Das ist meine Wurst. Gib sie sofort zurück. C'est ma saucisse. Rang la tout de suite. Ich habe auf dem Dachboden einen alten Wecker gefunden. Er gehörte meinem Großvater. J'ai trouvé un vieux réveil dans le grenier. Erdbeeren werden am besten morgens geerntet. Zu dieser Tageszeit haben sie das intensivste Aroma. Erdbeeren werden am besten morgens geerntet. Zu dieser Tageszeit haben sie das intensivste Aroma. Erdbeeren werden am besten morgens geerntet. Zu dieser Tageszeit haben sie das intensivste Aroma. Es ist préférable de récolter les fraises le matin. C'est à ce moment de la journée qu'elles ont le plus d'arôme. Essbare Pilze im Wald können für den Eigenbedarf gesammelt werden. Für den Transportbehälter sollte ein Korb verwendet werden. Les champignons comestibles en forêt peuvent être cueillis pour la consommation personnelle. Un panier devrait être utilisé comme récipient de transport. Die meisten Menschen kennen einen Hamster nur als Haustier. Aber wir haben auch eine wilde Hamsterart, den Feldhamster. Die meisten Menschen kennen einen Hamster nur als Haustier. Aber wir haben auch eine wilde Hamsterart, den Feldhamster. La plupart des gens ne connaissent le Hamster que comme animal de compagnie. Ich habe meine Nägel lackiert. Ich hoffe, die Farbe ist nicht zu auffällig. Ich habe meine Nägel lackiert. Ich hoffe, die Farbe ist nicht zu auffällig. Ich habe meine Nägel lackiert. Ich habe meine Nägel lackiert. Bring mir den Ball. Ich werfe ihn gleich noch einmal. Bring mir den Ball. Ich werfe ihn gleich noch einmal. Apporte-moi la ball. Je vais la relancer tout de suite. Die Fotos im Album erinnern mich an meine glückliche Kindheit. Die Fotos im Album erinnern mich an meine glückliche Kindheit. Les photos de l'album me rappellent mon enfance heureuse. Die Blumen auf der Fensterbank passen optimal zur Farbe der Hauswand. Les fleurs sur le rebord de la fenêtre s'harmonisent parfaitement avec la couleur du mur de la maison. Die Buchhandlung ist in der dritten Straße links, direkt hinter der Ampel. Die Buchhandlung ist in der dritten Straße links, direkt hinter der Ampel. Ich habe die Eule mit in die Bibliothek genommen. Es macht ihr nichts aus. Ich habe die Eule mit in die Bibliothek genommen. Es macht ihr nichts aus. Ich habe die Eule mit in die Bibliothek genommen. Es macht ihr nichts aus. J'ai emmené la chouette à la bibliothek. Cela ne la dérange pas. Ich brauche ein Asthma-Spray. Damit kann ich besser atmen. Ich brauche ein Asthma-Spray. Damit kann ich besser atmen. J'ai besoin d'un Spray contre l'asme. Il m'aide à mieux respirer. Warum sitzen wir hier auf der Bank? Ich gehe lieber schaukeln. Warum sitzen wir hier auf der Bank? Ich gehe lieber schaukeln. Warum sitzen wir hier auf der Bank? Ich gehe lieber schaukeln. Warum sitzen wir hier auf der Bank? Ich werde dich immer auf Händen tragen. Ich werde dich immer auf Händen tragen. Ich brauche Wasser. Es dauert lange, bis der Behälter voll ist. Ich brauche Wasser. Es dauert lange, bis der Behälter voll ist. J'ai besoin d'eau. Le Reservoir est long à se remplir. Bäcker verwenden Mohn hauptsächlich für Brötchen, Kuchen und Gebäck. Bäcker verwenden Mohn hauptsächlich für Brötchen, Kuchen und Gebäck. Bäcker verwenden Mohn hauptsächlich für Brötchen, Kuchen und Gebäck. Les Boulangers utilisent principalement le Pavot pour les petits pains, les gâteaux et les pâtisseries. Das ist die größte Pizza, die ich je gesehen habe. Das ist die größte Pizza, die ich je gesehen habe. Das ist die größte Pizza, die ich je gesehen habe. C'est la plus grosse Pizza que j'ai jamais vu. Winzige nierenförmige Mohnsamen werden seit tausenden von Jahren von verschiedenen Zivilisationen aus getrockneten Samenkapseln gesammelt. Winzige nierenförmige Mohnsamen werden seit tausenden von Jahren von verschiedenen Zivilisationen aus getrockneten Samenkapseln gesammelt. Winzige nierenförmige Mohnsamen werden seit tausenden von Jahren von verschiedenen Zivilisationen aus getrockneten Samenkapseln gesammelt. De minuscules Graines de Pavot en forme de Rhin sont collectées depuis des milliers d'années par différentes Zivilisations à partir de Capsules de Graines séchées. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Und gib uns bitte ein Like. Und und dann einen Like! S'il te plaît.